Herzlich Willkommen zu diesem Webseminar zum Thema HyperTest für DIN EN ISO IIC 17025 zertifizierte Prüf- und Kalibrier-Laboratorien. Mein Name ist Thomas Rönnpage, ich bin bei der Verum Software & Systems AG Sales & Business Consultant und möchte Ihnen heute präsentieren, welche Unterstützung unsere Testmanagement-Software HyperTest speziell für die Aufgabenstellung ISO 17025 bieten kann. HyperTest wird seit vielen Jahren in unzähligen Testabteilungen eingesetzt, um den Testprozess zu unterstützen und die Nachvollziehbarkeit der Testaufträge zu gewährleisten. Die ISO 17025 Norm hingegen war in der Vergangenheit fast ausschließlich in Kalibrier-Laboratorien anzutreffen. In der letzten Zeit erhalten immer mehr Testabteilungen aufgrund gestiegener Qualitätsanforderungen und damit verbundener Nachweispflichten auch die Anforderung nach der ISO 17025 zu arbeiten. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich immer häufiger die Frage, inwieweit HyperTest die Norm ISO 17025 unterstützen kann. Da HyperTest in der Lage ist, die Prozesse rund um das Testen abzubilden, können auch die Prozesse rund um die ISO-Norm unterstützt werden. Die ISO 17025 beschreibt Prozessmanagement, Dokumentenmanagement und Informationsmanagement. Dazu gehören Dokumentationsanforderungen und die Dokumentenverwaltung, Nachweispflichten, eindeutige Kennzeichnung, die Berichterstellung, Freigabeprozesse sowie die Verwaltung von Zugriffsrechten. Das Testprozessmanagement HyperTest unterstützt wesentliche Funktionen davon, zum Beispiel die Abbildung von Prozessen, die vollständige Zuordnung aller Daten, die Berichterstellung. Darüber hinaus verfügt HyperTest über ein extrem leistungsfähiges Rollen- und Rechtemanagement und vieles mehr. Jeder, der sich schon einmal mit der Norm ISO 17025 befasst hat, kennt sicherlich diese Darstellung. Diese Darstellung beschreibt den physikalischen Bereich mit dem oberen Pfeil, den administrativen Bereich mit dem unteren Pfeil und das Informationsmanagement in der Mitte. In dieser Darstellung sind die administrativen Aufgaben aus der schematischen Darstellung gezeigt. Im ersten Teil dieser Präsentation soll gezeigt werden, wie HyperTest diese Anforderungen unterstützen kann. Im weiteren Verlauf werden auch die anderen Bereiche der Norm in Bezug zu HyperTest vorgestellt. Die Norm beschreibt die Anforderung, dass Laboratorien über ein Verfahren verfügen müssen, um Anfragen, Angebote und Verträge zu prüfen. Anforderungen können in HyperTest automatisch importiert oder manuell angelegt werden. HyperTest verwaltet Kataloge und Vorlagen, sodass bei der Erfassung der Anfragen sofort klar ist, ob das Labor die gestellten Anforderungen erfüllen kann. HyperTest stellt durch seine integrierte Stammdatenverwaltung sicher, dass nur Mitarbeiter mit geeigneter Qualifikation die Prüfung der Anfragen vornehmen können und somit auch beurteilen dürfen, ob vom Kunden angefragte Verfahren geeignet sind bzw. geeignete Verfahren auswählen. Durch einen Freigabeprozess in HyperTest wird sichergestellt, dass die Prüfung so erfolgen kann, wie sie vom Kunden angefragt wurde. Gibt es Abweichungen, so wird die Freigabe von dem Mitarbeiter, der die Anfrage bearbeitet, verweigert und die Kommunikation zum Kunden aufgenommen. Auch die Kommunikationsdokumente können in HyperTest zu dieser Anfrage gespeichert werden, sodass später eine hundertprozentige Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. HyperTest verwaltet alle an einem Vertrag beteiligten Ressourcen. Dazu gehören auch alle Personen, inklusive dem Kunden. Sollte es zu Änderungen am Vertrag kommen, so müssen alle beteiligten Personen darüber informiert werden und die Vertragsprüfung muss wiederholt werden. Auch dieser Prozess kann in HyperTest abgebildet werden. Die Norm 17.025 beschreibt, dass das Labor geeignete Verfahren für alle Labortätigkeiten, Ermittlung der Messunsicherheit und statistische Verfahren für die Datenanalyse anwenden muss. HyperTest kann über das Dokumentenmanagement die zugehörigen Dokumente verwalten, versionieren und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Eine übergeordnete Kontrollinstanz muss sicherstellen, dass die Dokumente stets auf dem neuesten Stand sind. Dadurch, dass HyperTest alle möglichen Verfahren in Katalogen verwaltet, kann der Labormitarbeiter auch nur aus den Verfahren auswählen, die das Labor leisten kann und die gültig sind. Weicht er von dem Verfahren ab, so unterstützt HyperTest ihn bei der Dokumentation und Kundenkommunikation dieser Abweichung. Der Kunde erhält von HyperTest zusammen mit dem Angebot einen Prüfplan, der alle Details der Prüfung enthält, wozu auch das gewählte Verfahren gehört. Auch ein Verifizierungsprozess eines neuen oder geänderten Verfahrens kann in HyperTest abgebildet werden. Kommen Verfahren zum Einsatz, die nicht in normativen Dokumenten festgelegt sind, so müssen diese validiert werden. Das gilt genauso für Verfahren, die vom Labor modifiziert wurden oder außerhalb Ihres vorgesehenen Anwendungsbereiches angewendet werden. Der erforderliche Validierungsprozess kann in HyperTest kundenspezifisch auf Ihr Anwendungsgebiet bezogen abgebildet werden und kann die unterschiedlichsten Prozesse unterstützen. Dazu gehören Verfahren zur Probenahme, Handhabung und Transport von Prüf- und Kalibriergegenständen, Kalibrierung oder Evaluierung der systematischen Abweichung, die Variation der kontrollierten Parameter – dazu gibt es in HyperTest standardmäßig die Variationsparameter, der Vergleich von Ergebnissen sowie die Ermittlung der Messunsicherheit. Werden Änderungen an einem validierten Verfahren vorgenommen, so muss der Einfluss dieser Änderungen festgestellt werden. Da HyperTest alle relevanten Daten zu einem Auftrag verwaltet, können die Such- und Filterfunktionen diesen Einfluss schnell sichtbar machen. An dieser Stelle eignet sich sowohl das Dashboard als auch die Reportfunktion zur Dokumentation. Für jede Validierung müssen aufgrund der Nachweisverpflichtung verschiedene Dokumentationen aufbewahrt werden. Dazu gehört das angewandte Validierungsverfahren, die Spezifikation der Anforderung, die Bestimmung der Leistungsmerkmale des Verfahrens, also Genauigkeit, Messunsicherheit, Linearität und so weiter, die erhaltenen Ergebnisse, eine Erklärung über die Eignung des Verfahrens. HyperTest kann all diese Dokumente im Zusammenhang mit dem Validierungsauftrag verwalten. Um die Validität von Ergebnissen auch über die Zeit sicherzustellen, fordert die Norm ein Verfahren zur Überwachung. Dabei werden verschiedene Ansätze vorgeschlagen, wie beispielsweise die Verwendung von Referenzmaterialien, Nutzung von rückführbar kalibrierten Messeinrichtungen, Zwischenprüfungen, Wiederholungen, Blindversuchen und so weiter. Auch statistische Verfahren sind geeignet, um Trends zu erkennen. Die Überwachungen sollen zeitlich geplant werden. HyperTest unterstützt die Sicherung der Validität von Ergebnissen durch verschiedene Funktionen. Die mächtigen Filter- und Suchfunktionen ermöglichen zusammen mit den Analysefunktionen einen Vergleich von Ergebnissen, die unter gleichen Voraussetzungen entstanden sind. Über die eigenen Auswertefunktionen sowie die Integrationsmöglichkeit von externen Analysewerkzeugen können statistische Auswertungen durchgeführt werden. Die Dokumentation der Überwachung wird über die Report-Funktionalität in HyperTest ermöglicht. Auch die Verwaltung von Gültigkeiten unterstützt die Planung von anstehenden Überprüfungen. Hierbei wird die gleiche Funktion genutzt wie bei der Verwaltung der Gültigkeiten von Kalibrierzuständen. Die Darstellung von Trends ist im Dashboard einfach möglich. Eine zentrale Anforderung aus der ISO 17025-Norm ist die Ermittlung der Messunsicherheit. Dazu müssen alle Beiträge, die von Bedeutung sind, berücksichtigt werden und es müssen geeignete Auswerteverfahren verwendet werden. Die Messunsicherheit muss auch für die eigenen Einrichtungen ermittelt werden, wenn diese kalibriert werden. Da HyperTest die Ressourcen der gesamten Messkette bei jeder Prüfung kennt, kann auch die Messunsicherheit als weiterer Parameter verwaltet werden. Weiterhin unterstützt HyperTest auch die Möglichkeit, die Messkette als Ressourcengruppe zu definieren, sodass eine bereits bestimmte Messunsicherheit für diese gesamte Gruppe hinterlegt werden kann. Auf diese Weise kann die gleiche Gruppe für mehrere Prüfungen wiederverwendet werden und die Messunsicherheit ist bekannt. Soll bei einer Prüfung die Messunsicherheit ermittelt werden, so können die erforderlichen Berechnungen von HyperTest durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Berechnung werden der Prüfung zugeordnet und später an den Report übergeben. Auch die Definition und Konfiguration verschiedener Einflüsse in die Messunsicherheit kann in HyperTest realisiert werden. Die Ergebnisse müssen vor der Herausgabe überprüft und freigegeben werden. HyperTest unterstützt hierzu standardmäßig einen Freigabeprozess, der mit dem Rollen- und Rechte-System von HyperTest verknüpft ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Freigabe nur von dafür qualifizierten und autorisierten Mitarbeitern erteilt werden können. Es sind je nach Aufgabenbereich des Prüflabors verschiedene Ergebnisberichte zu erstellen. In der Regel sind dies Prüfberichte, Kalibrierscheine und Probenahmeberichte. Alle diese Berichte können von HyperTest zusammen mit einem Reportgenerator erstellt werden. Die Norm stellt sowohl formale Anforderungen, z.B. den Titel, als auch inhaltliche Anforderungen an die Dokumente. Alle Informationen liegen in HyperTest vor. Die Dokumentenvorlagen werden mit allen erforderlichen Feldern gemäß der I-7025-Norm erstellt. Das erstellte Dokument wird abschließend gespeichert und von HyperTest verwaltet, sodass es dauerhaft aufbewahrt wird und immer wieder über die Suche von HyperTest gefunden werden kann. Wenn in einem Dokument eine Aussage zur Konformität gemacht wird, gibt es weitere Dokumentationspflichten, wie eine Entscheidungsregel, für welche Ergebnisse die Aussage zur Konformität gilt, welche Spezifikationen und Normen erfüllt bzw. nicht erfüllt werden. Auch diese Informationen können alle in HyperTest im richtigen Zusammenhang zum jeweiligen Prüfauftrag verwaltet werden. Über das integrierte Rollen- und Rechte-System in HyperTest wird sichergestellt, dass nur autorisierte Mitarbeiter Meinungen und Interpretationen im Ergebnisbericht verfassen können. Änderungen an Berichten sind nur in Form eines gesonderten Schriftstücks zulässig, das mit dem Hinweis Ergänzung zum Bericht Seriennummer so und so zu versehen ist. Sollte es erforderlich sein, den gesamten Bericht neu zu verfassen, so muss dieser eine eindeutige Bezeichnung erhalten und einen Verweis auf das Original. Das integrierte Dokumentenmanagement von HyperTest kann den erstmalig erstellten Bericht dauerhaft mit Leserecht versehen. Bei Ergänzungen oder vollständigen Neufassungen erstellt HyperTest automatisch die Referenz zum Original. HyperTest kann die Dokumentation des geforderten Beschwerdeprozesses verwalten und versionieren. Eine eingehende Beschwerde kann den HyperTest erfasst und mit dem Prüfauftrag verknüpft werden. Die Kommunikation mit dem Beschwerdeführer wird erfasst und zum späteren Nachweis unter der Beschwerde des Prüfauftrags abgelegt. HyperTest kann Sie auch dabei unterstützen, Ihren eigenen Beschwerdeprozess abzubilden. Der zweite in der Norm beschriebene Prozess ist die Handhabung von Prüf- und Kalibriergegenständen. Auch dieser Prozess kann von HyperTest unterstützt werden, um auch hier eine eindeutige Nachvollziehbarkeit zu erreichen. HyperTest ermöglicht eine standardisierte Erfassung der für den Auftrag erforderlichen Daten. Das sind der Probenahmeplan, die Auswahl der Proben, Standorte, Datum und Uhrzeit, Mitarbeiter, Nummer, Menge, Bezeichnung und so weiter. Vorbereitende Aufgaben, zum Beispiel eine Konditionierung, können definiert und Mitarbeitern mit geeigneter Qualifikation zugewiesen werden. Die Ausführung der Kalibrierung bzw. Prüfung kann von HyperTest gestartet werden und Sie können alle Daten, die dabei anfallen, erfassen und verwalten. Dazu gehört auch die Erfassung der Umgebungsbedingungen, wie Temperatur, Luftfeuchte und so weiter. Des Weiteren unterstützt HyperTest Freigabeprozesse. Die Norm fordert auch Vergleiche zwischen Laboratorien bzw. innerhalb eines Laboratoriums. HyperTest. Auch dabei geht es um die Organisation, Durchführung und Bewertung von Messungen und Prüfungen. HyperTest ist in der Lage, Prüfungen in anderen Laboratorien zu verwalten. Damit werden Vergleiche zwischen Laboratorien möglich. HyperTest verwaltet die Testanforderungen und kann sicherstellen, dass zu den Anforderungen nur bestimmte Testverfahren ausgewählt werden können. Dabei können Normen für Tests in Katalogen verwaltet werden. Auch Temperatur und Luftfeuchte müssen in akkreditierten Laboratorien überwacht geregelt werden. Auch diese Umgebungsdaten werden von HyperTest erfasst und zusammen mit den übrigen Daten am Testauftrag gespeichert. Weiterhin verwaltet HyperTest die Testparameter, bei welcher Drehzahl, Drehmoment, Spannung, Strom und so weiter gemessen wurde. Der Testort muss verwaltet werden. Hat der Test im eigenen Labor oder im mobilen Labor stattgefunden? Aber auch die Messstellen selbst werden in HyperTest gespeichert. Dazu gehört zum Beispiel die exakte Position, an der der Temperatursensor appliziert wurde. Zusätzlich kann HyperTest in der Ressourcenverwaltung die Hilfsmittel wie Schläuche, Kraftstoffsorte, Lagerfett und so weiter berücksichtigen. Bei der Anfrage und Vergabe von Unteraufträgen unterstützt das Auftragsmanagement von HyperTest. Auch die Logistik für externe Prüfungen kann von der Auftragsplanung in HyperTest unterstützt werden. Da HyperTest alle Details im Kontext des Prüfauftrags speichert, ist ein Vergleich der Resultate durch HyperTest einfach möglich. Werden Aussagen zur Konformität zu einer Norm oder Spezifikation gefordert, so muss die Messunsicherheit betrachtet werden. Und die angewandte Entscheidungsregel muss zur späteren Nachvollziehbarkeit dokumentiert werden. Für die Ermittlung der Messunsicherheit wendet HyperTest die erforderlichen Berechnungsvorschriften an. Zusätzlich können die Messdaten im Rahmen der Auswertung an ein geeignetes Analysewerkzeug übergeben werden und HyperTest erhält die Ergebnisse zurück. Da HyperTest alle Daten dem jeweiligen Prüfauftrag zuordnet, ist ein Vergleich der Ergebnisse mit den Anforderungen einfach möglich. Die Konformitätsaussage kann durch analytische Funktionen in HyperTest automatisch generiert werden oder wird vom Bearbeiter erfasst. Auch an dieser Stelle sorgt HyperTest wieder für die korrekte Zuordnung aller relevanten Daten und Dokumente zum Prüf- oder Kalibrierauftrag, sodass eine eindeutige Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Bei Tätigkeiten, die aus irgendeinem Aspekt den eigenen Verfahren oder vereinbarten Anforderungen nicht entsprechen, beispielsweise Umweltbedingungen, muss ein Prozess existieren, der das weitere Vorgehen regelt, bezüglich der Verantwortlichkeiten, der Maßnahmen, also zum Beispiel Anhalten, Wiederholung, Zurückhalten von Berichten und der Entscheidung. HyperTest kann den Prozess unterstützen, indem eine Prüfung oder eine Teilaufgabe als nichtkonform gekennzeichnet wird. Des Weiteren kann HyperTest die daraus resultierende Dokumentation zusammen mit dem Prüfauftrag verwalten und kann über das Rechte- und Rollenmanagement die weiterführende Bearbeitung auf die Mitarbeiter begrenzen, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen. An dieser Stelle kann HyperTest einen Qualitätssicherungsprozess starten, der alle weiteren erforderlichen Schritte unterstützt. Das Sicherstellen, dass die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, eine Wiederholung einleiten und die Kennzeichnung der verwendeten Verfahren bis hin zur Sperrung des Verfahrens bis neu validiert wurde. In einem Prüf- bzw. Kalibrillabor gibt es unzählige Ressourcen. Dazu gehören Messgeräte, Normale, Referenzmaterialien sowie Verbrauchsmaterialien und Hilfseinrichtungen. Aber auch das Personal kann als Ressource betrachtet werden. In HyperTest können die Ressourcen verwaltet werden, sodass HyperTest über Auswahlkataloge sicherstellen kann, dass nur die zugelassenen und geeigneten Ressourcen für eine Prüf- bzw. Kalibrieraufgabe zum Einsatz kommen. Um sicherzustellen, dass nur die berechtigten Ressourcen zum Einsatz kommen, ist es zweckmäßig, die Ressourcen mit einem Barcode oder RFID-Tag zu versehen. In HyperTest wird dann ein Prozessschritt vorgesehen, der die Ressourcen prüft, also Barcode oder RFID einliest, bevor die Messung freigegeben wird. Sollten Prüf- bzw. Kalibrierintervalle der Ressourcen überschritten sein, kann HyperTest diese Ressourcen automatisch sperren. Auch ein manuelles Sperren durch berechtigtes Personal ist möglich. Die Dokumente über die meteorologische Rückführbarkeit werden ebenfalls von HyperTest zusammen mit den Ressourcen verwaltet. Um sicherzustellen, dass nur geeignetes Fachpersonal, das auch über die erforderlichen Qualifizierungen verfügt, die ihm zugewiesenen Tätigkeiten durchführt, können auch die Qualifikationen der Mitarbeiter in der Ressourcenverwaltung von HyperTest verwaltet werden. Dazu gehören auch Nachweise über Schulungen und Zertifizierungen. Genauso wie ein Messgerät automatisch gesperrt wird, wenn das Kalibrierintervalle abgelaufen ist, können Personalressourcen automatisch gesperrt werden, wenn die Zertifizierungen abgelaufen sind. Alle zugehörigen Dokumente, wie beispielsweise Verifizierungsdokumente und Kalibrierzertifikate, werden in HyperTest zusammen mit den zugehörigen Ressourcen verwaltet. Es gibt eine Vielzahl an Dokumenten, die im Rahmen der I-7025 verwaltet werden müssen. Das mächtige Rollen- und Rechte-System in HyperTest sorgt für den Schutz von vertraulichen Informationen. HyperTest kann alle Dokumente mit den geeigneten Informationen aus den unterstützten Prozessen in Verbindung bringen. Dazu gehört die Dokumentation des Umfangs der Labortätigkeit, die Dokumentation der Struktur, Verantwortlichkeiten und Verfahren, die Dokumente zu den Anforderungen an die Räumlichkeiten, sowie die Verwaltung der Aufzeichnungen zu den Laboreinrichtungen. Ferner gibt es Dokumentationen über Anforderungen an externe Produkte oder Dienstleistungen, Ergebnisberichte, Kalibrierberichte und Probenahmeberichte. HyperTest unterstützt den Anwender mit den mächtigen Such- und Filterfunktionen, um die erforderlichen Dokumente einfach zu finden. Über die Versionierung stellt HyperTest sicher, dass stets das aktuell gültige Dokument gefunden wird und abgelaufene Dokumente für den normalen Anwender nicht mehr sichtbar sind. Über das Rollen- und Rechte-System können auch dem Personal aufgabenspezifische Befugnisse zugeordnet werden. Über diese Zuordnung stellt HyperTest sicher, dass nur Mitarbeiter mit der geeigneten Qualifizierung die entsprechende Aufgabe bearbeiten dürfen. Zum Beispiel Befundungen und Ergebnisanalysen, Aussagen zur Konformität verfassen, Meinungen und Interpretationen, Ergebnisberichte erstellen, die Bewertung von Ergebnissen, sowie die Erteilung von Freigaben. Bei der Erstellung von Berichten und anderen technischen Aufzeichnungen fordert die DIN ENI 1725 eine Reihe von Informationen. Dazu gehören unter anderem die Aufzeichnung aller Labortätigkeiten, alle Ergebnisse und Berechnungen, der Abschlussbericht, die beteiligten Personen, sowie alle Beobachtungen. Alle Einflüsse auf die Messergebnisse und die Messunsicherheit sollen leicht erkennbar sein. Es muss eine Wiederholung unter gleichen Bedingungen möglich sein. Und schließlich erfordert die Norm eine exakte Rückverfolgbarkeit. Da alle diese Informationen in HyperTest in ihrem richtigen Zusammenhang gespeichert sind, stellt HyperTest sicher, dass alle geforderten Informationen im Bericht bzw. dem technischen Dokument enthalten sind. Auch die geforderte Planung einer Wiederholung unter gleichen Bedingungen bzw. die exakte Rückverfolgbarkeit ist eine Kernfunktionalität von HyperTest. Bei der Bewertung der Funktionsfähigkeit des Informationsmanagementsystems stellt die DIN ISO-Norm einige Anforderungen auf, die HyperTest wie folgt unterstützt. HyperTest realisiert die Zugriffssteuerung über das integrierte Rollen- und Rechte-Management. Alle Daten lassen sich über Schreibleserechte gegen Manipulation sichern. Geeignete Archivierungskonzepte schützen gegen Datenverlust. Da HyperTest als Web-Client betrieben wird, ist der Einsatz unter Laborbedingungen einfach möglich. Die Betriebssicherheit wird durch interne Überwachungsfunktionen sichergestellt. und ein Fehlerspeicher dokumentiert automatisch Systemausfälle und Systemzustände. Es gibt weitere Anforderungen aus der ISO 17025, die nicht unmittelbar mit dem Testmanagementwerkzeug HyperTest abgebildet werden können. Dazu gehört die Eignungsprüfung nach der Leistungsfähigkeit eines Teilnehmers nach zuvor aufgestellten Kriterien. Es muss die Unparteilichkeit des Labors sichergestellt werden. Organisatorische Aufgaben wie die Benennung der Leitung können nicht von einem Informationsmanagementsystem übernommen werden, sehr wohl aber die Verwaltung dessen Rechte. Die Anforderungen werden im Fachmodell in HyperTest hinterlegt, aber die Definition muss zuvor geschehen. Die Verwaltung des Managementsystems ist keine Aufgabe für ein Informationsmanagementsystem, aber HyperTest kann bei der Verwaltung der Kommunikationsdokumente unterstützen. HyperTest kann die hinterlegten Kompetenzen der Mitarbeiter verwalten und sicherstellen, dass nur für eine bestimmte Aufgabe qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt werden können. Darüber hinaus kann HyperTest rechtzeitig auf die bevorstehende Erneuerung von Qualifikationen hinweisen. Die Durchführung der Schulung und die Befugniserteilung muss anderweitig erfolgen. Auch die Zugangskontrolle zum Labor ist keine übliche Aufgabe für HyperTest. Dennoch kann die Verwaltung der Zugangsberechtigung im Rollen- und Rechte-System von HyperTest erfolgen, sodass die Zugangskontrolle die Freigabe von HyperTest holt. HyperTest kann die in der DIN EN ISO IIC 17025-Normen geforderten Prozesse abbilden und stellt die Prozesssicherheit dar, indem beispielsweise nur die Ressourcen ausgewählt werden können, die für eine bestimmte Aufgabe freigegeben sind. Über das Dokumentenmanagement stehen alle relevanten Informationen im richtigen Zusammenhang zur Verfügung, sodass bei Auswahl einer Ressource beispielsweise auch die Verknüpfung zum Kalibri-Zertifikat vorliegt. Das leistungsstarke Rollen- und Rechte-System stellt sicher, dass bei allen Tätigkeiten nur die Personen mit der geeigneten Qualifikation und Befugnis eingesetzt werden, wie beispielsweise bei Freigaben, Bewertungen und so weiter. Das umfangreiche Ressourcenmanagement kann sämtliche Ressourcen wie Prüfmittel, Hilfsmittel, Personal und so weiter verwalten und überwachen, sodass Ressourcen, deren Kalibrierintervalle oder Zertifizierung abgelaufen sind, automatisch gesperrt werden. Auch die Qualifikation der Mitarbeiter bezüglich Schulungen und Zertifizierungen wird von HyperTest überwacht, sodass rechtzeitig erkannt wird, wenn Zertifizierung und Qualifizierung für bestimmte Tätigkeiten erneuert werden müssen. HyperTest sorgt über die Verwaltung von Katalogen automatisch für eine Einschränkung bei der Ressourcenauswahl. Was auf der einen Seite das Anlegen eines Prüfauftrags beschleunigt und auf der anderen Seite sicherstellt, dass nur zugelassene Ressourcen eingesetzt werden können. Dadurch, dass HyperTest eine Integrationsplattform ist, die nicht nur den Prozess und das Datenmanagement unterstützt, sondern darüber hinaus Schnittstellen zu den Prüfplätzen, externen Analysewerkzeugen und übergeordneten unternehmensweiten IT-Lösungen anbietet, kann HyperTest Prüf- und Kalibrillaboratorien, die gemäß der DIN EN ISO IEC 17025 arbeiten müssen, ganzheitlich unterstützen. schützen.